Super, klappt. Heyho, liebe Minearbeiter und Ihnen. Ich versuche hier gerade mal die Bahn in Betrieb zu nehmen. Artet leider gerade so ein bisschen in Albernheiten aus, die uns nicht weiterbringen. Ist es noch weit? Ja, es ist doch noch relativ weit. Dann lassen wir uns mal ein bisschen laufen und hoffen, dass die Schienen so mitkommen. Anschließend gehen wir die Strecke nochmal zurück und legen da Stromschienen rein. Im Abstand von... Weiß ich auch nicht. Ich glaube, es sind 24, die sind perfekt. Aber es ist ja hier auch ein... Doch, habe ich noch. Gott sei Dank. So. Das war ich schon. Vorhin habe ich schon eine hingepackt. So, jetzt muss man gucken. Dann mache ich einfach als Start immer zwei. Dann hat er ein bisschen mehr Beschleunigung. Zwei müsste noch reichen. Das müsste klappen. Ich glaube, sogar drei reichen. Aber gut. Jetzt hier eins, zwei, drei und dann alle zwanzig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, fünfzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig. Tata. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neunzehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, 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 neunzehn, zwanzig. Das habe ich aber schön gezählt. Das mache ich jetzt noch weiter. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neunzehn, elf, zwölf, dreizehn, die, 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 die. 19, 20, ja. Aber das ist jetzt doof. Ich weiß. Aber was soll man so machen? Vier, sechs, acht, zehn, zwölf, vierzehn, sechzehn, achtzehn, zwanzig. Dabei noch Geschichten erzählen geht echt nicht, ne? Äh, da die ist, das ist ein Shuttle-System. Fährt in beide Richtungen einen und derselbe Zug, also kann ich da einfach immer eine Redstone-Torch hinstellen. Wenn das billig ist, dann spare ich Detector-Rails, ja? Die sind ja doch kostbar und deswegen mache ich das so. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, äh, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja, ihr müsst das jetzt mitmachen, das ist einfach so. Nicht immer nur drücken und dann macht doch mal einen Schnitt. Eins, zwei, ja, ich kann mal auch umgedrehen hier. Zwanzig, eins, zehn, achtzehn, siebzehn, fünfzehn, vierzehn, dreizehn, zwölf, elf, sieben, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Wo war es hier? Oh, guck mal, das kommt schon hin. Das passt ja schon. Super. Jetzt muss ich hier noch die, so einen kleinen Mechanismus, das ist aber relativ eng, muss ich gerade feststellen. Ich jetzt hier immer so einsteige, das ist ja ein Gehopse. Das ist ja ein Gehopse, das gefällt mir aber nicht. Gut, und dann mache ich noch ein paar Redstone-Torches und die Andi, das brauche ich nicht weglegen. Dann nehme ich die Röhre eher mal mit. Normale Schienen haben wir echt genug, aber Detektor und Power, das müssen wir natürlich immer sparen. Ah ja, die Jack and Lantern, die wollte ich auch mitnehmen und das brauche ich jetzt hier gerade mal nicht. Oh ja, das ist schön. Holz habe ich noch dabei. Was braucht man denn wohl? Was war, wie viel waren das denn jetzt? Fünf oder so, ne? Oder? Naja, aber wir brauchen eh ein paar Stücke. Machen wir mal. Da sind sogar noch zwei. Komm, lassen wir die als eiserne Reserve hier hinten. Oder hier vorne vielmehr. Das ist ja hier eher der vordere Bereich. unserer komischen Dschungelwelt. Ähm, ja. Und dann zünden wir mal hier alles an. Oha, da sehen wir schon ein großes Problem. Das geht jetzt hier nicht gut. Hm. Gut, aber es ist ja, wie ich schon sagte, ist ja jetzt erstmal, um es irgendwie in Betrieb zu nehmen. Damit es uns schon mal jetzt bei der Arbeit, äh, ja, hilfreich ist. Das hin und her geguckt, ne? Schön. Ja, schön waren wir gestern. Heute sind wir hässlich. So, klappt das. Badam, 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 bam. Oh. So, fast schon da. So, fast schon da. Wie machen wir den? Jetzt habe ich natürlich kein Glowster, äh, Redstone hier vorne. Äh, hier hinten. Meine Güte nochmal. Ist es denn so schwierig? Hinterer Bereich, Vorderbereich. Schönstein. So. Machen wir auch nochmal so einen Schönsteinklotz hier. Ne, vielleicht, ne, Wolle ist immer doof. Ne, Wolle ist immer echt ein bisschen blöde. So, machen wir den, den, den Auslösemechanismus. Hier. Da passt er gut hin. Ist dann doch blöde hier mit den... Vielleicht mal so. Oh, da drunter ist auch schon wieder gefährlich. Also hier so praktisch. Da kommt man da an den Knopf. Machen wir auch schon mal einen Knopf? Hauen wir den Knopf? Hier, komm. Machen wir einen Knopf. Ne, Knopf. So, Knopf. Plopp. Ja, deswegen wollte ich keinen Schönstein nehmen. Jetzt wird es mir ein. Irgendwie war ein Haken. Da habe ich die ganze Zeit gemerkt mit dem Schönstein. Da war ein Haken dran. Und zwar erkennt man die Knöpfe nicht so gut. Rohholz. Rohholz ist, glaube ich, die Lösung des Tages. Wo ist denn jetzt mein Knopf hin? Da. Keine Panik. Keine Panik. Ja, siehst du. Das kann man wie es erkennen. Und dann kommt da auch dann normales hier so ein... Stück Holz rein. Aber später. Jetzt müssen wir erstmal aufbohren. Damit wir hier das Kabel legen. So. Plopp. Da soll es ran. Müssen wir noch einen tiefer gehen. Ach so, wie passt das denn jetzt hier mit dem blödsinnigen... So. Ja, da baue ich natürlich trotzdem... Äh... Redstone. Hehehe. Klasse. Okay, pass auf. Ja, machen wir es so. Hier kommt Redstone drauf. Da kommt eine Torch dran. Dann ist das natürlich immer an. Da muss hier noch eine ran. So machen wir das sehr, 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 sehr elegant. Wahrscheinlich schreien jetzt auch wieder viele. Das kann man auch so und so machen. Ja, klar. Es gibt viele Methoden. Viele Wege, die nach Rom führen. Dil, 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 dil. Ich mache das jetzt so. Dann müssen wir hier nochmal eben weghauen. Zum Glück können wir da ja nicht viel kaputt machen. So. Ach, Leute. Ich muss hier nochmal ein bisschen aufbohren. Das hat sonst keinen Sinn. Das nützt alles nichts. Machen wir gleich nochmal alles schöner. So. Da kommt einfach ein normaler Koppelstein rein. Da kommt dann wieder eine... Lampe dran. So. Jetzt müssen wir nochmal eben zurücksprinten. Ach, da hätten wir jetzt auch die Kerner nehmen können, ne? Komm, die können wir ja schon mal draufstellen. Halt. So. Ab geht's. Ach, das ist doch gemütlich. Und verbraucht auch nicht so viel Essen. Achtung! X! Fein. Eigentlich kann man das auch so machen, ne? Obwohl, das ist immer blöd, wenn die Karre wegfährt. Hier ist auch blöd mit dem Mechanismus. Weil hier alles eng ist. Da muss ich mich mal sonders beschäftigen. Klappt doch eigentlich ganz gut. Auch ohne Mechanismus. Oh, das geht aber wirklich auch zügig. Ach, das ist ja gar... Ist ja ein Klacks. Die Strecke. Ah! Fast noch in das Loch gefallen. Ja, komm, bleib mal hier, du Karre, du. So. Weg mit dir. Da können wir ja hier wieder den Holz... Holzscheit draufbauen. Stromschiene drauf. Die müsste jetzt auch immer an sein. Ja. Aber dann kommt ja hier noch ein bisschen Kabel gelegt. Oh, hat der den jetzt... Oh, ah! Hm, ah! Ja, ich vergesse es doch immer wieder. Ich muss noch ein bisschen in die Ecke gehen. Da hat man schon so viel Platz, ja? Und man macht es trotzdem verkehrt. Ah, so. Plupp! Da kommt immer ab und zu mal so ein lustiges Plopp-Geräusch. Was ist denn jetzt los? Sowas. Ja, Redstone und ich, ne? Das sind die zwei besten Freunde. Wobei, ich hab schon überlegt, ob man hier nicht irgendwie mal so ein... äh, dann noch so ein Lichtsensor einbauen könnte. Der dann irgendwie unten dann immer anzeigt, ob draußen gerade... Ich weiß, man kann da auch irgendwie so ein... ...ne Uhr machen in Minecraft. Hab ich auch noch nie gemacht. So, jetzt ist die Schiene aus. Jetzt drück' mal auf den Knopf, dann ist die Schiene an. Alles wunderbar. Was wollen wir mehr? So. So. So ein Lichtsensor, ja, so aus Spielerei wäre das natürlich auch schon ganz cool. So. Die Dinger haben halt den Nachteil, dass sie halt auch nur funktionieren, wenn man gerade da ist in der Nähe, ne? Wenn man weg ist, dann ist der Chunk auch aus und dann geht da gar nichts. Dann kommt man eventuell in so einen Stadtbereich zum Beispiel und dann wimmelt's davor lauter, lauter Monstern. Das ist ja nicht unbedingt Sinn der Sache. Aber, ja, okay, jetzt auch so schlimm wieder nicht, ne? Aber nur mal so als Denkaufgabe. So, noch mal ein Test. Komm, das ist so schön. Mit der Eisenbahn fahren. Klack. Lässt sich super erreichen. Geht direkt los. Wahnsinn. Das ist eine tolle Sache. Wie kann man den denn vorne noch möglichst, was hab ich denn letztens gesehen? Äh, kann man da nicht einfach oben noch einen drauf machen? Ne, das geht doch nicht. Hab ich doch, ich hab was gesehen, aber. Keine Ahnung, also. Wenn's nicht klappt, ist's jetzt auch egal. Ne, das kann auch nicht klappen. Das kann ja auch nicht klappen hier, ne? So, jetzt ist der zu weit weg. Doch, geht. Das ist nämlich, jetzt viele lachen natürlich jetzt wieder, ne? Weil, weiß der das nicht. Ja, es ist tatsächlich so, hab ich das noch nie gemacht. Ich baue immer so schön mit Knopf, den man gut so erreichen kann. Ich find das so doof, wenn man so direkt vor dem Knopf da so hängt. Aber, ja, das ist doch eigentlich schon dann die Lösung unseres Problems. Das ist jetzt nicht super schön. Ja. Äh, vor allem ist es nicht schön, dass es, müsste ich vielleicht diese Ecke vielleicht wegmachen. Das würde doch, glaub ich, schon helfen. Lass uns mal diese Ecke eben weghauen. So, und da jetzt eine, äh, eine Koppelstein rein. Ah, ist nicht schön, wie wegen hier, ne? Aber, aber, komm. Wenn ich das jetzt so noch irgendwie... Also, hier noch weg. Auch hier, erstmal, erstmal damit was passiert. Ne? Da werde ich schon im Laufe der Zeit noch vielleicht... ...etwas verschönern. Ja, hier kann man noch ein bisschen dann angleichen und irgendwie hübscher machen. Auf jeden Fall. Auch hier, das blöde Holz, das sieht man hier erstmal, wie scheppig das ist im Original. Naja, egal. Fahre ich zurück. Boah, das geht ja hier ab, du wie Luzi. Ha. Ich hatte ganz vergessen, wie schön das ist. Ja, die können direkt auch stehen bleiben. Das ist jetzt das Problem mit den beiden Schienen. Die bremsen die Karre jetzt so, dass die nicht mehr so am Block hält. Geht doch bestimmt auch ohne die zweite Schiene. Habt ihr Glück gehabt? Ich hab gerade keine normale dabei. Können wir lieber mal hier wieder mit unserem... ...schönen... ...Dschungelstädtchen gucken. Aber das Gras ist natürlich auch nicht weiter gewachsen, weil wir jetzt hier auch nicht in der Nähe waren. Hab ich da einen Enderman gesehen? Nein. Wobei dieser, dieser dreckige Weg, der ist natürlich jetzt auch nicht so schlecht. Kann man auch machen. Hier sollte da vielleicht eine Treppe runterkommen. Auf dieser, auf dieser Länge irgendwie, dieser Breite, je nachdem. Die Ecken sollten schön verkleidet werden. Eigentlich muss ich auch mal meine Stimme nochmal eben ölen. Bin wieder da. Ne, ne, also Gras soll es schon sein. Gras soll es schon sein. Ja, ja. Ne, ne, ja, ja. Hm, ja, ja, nee, nee. So. Ja, nicht wundern, im Hintergrund, da schreit gerade wer im Fernsehen. Ist gerade einer abgestochen oder so. Ihr denkt euch jetzt natürlich auch wieder, was ist das denn für einer? Hat der im Hintergrund Fernsehen laufen? Ja, das ist Zufall, weil der EM ist, ne. Und da habe ich immer mal, aber das Spiel war so langweilig, dass ich habe einfach laufen lassen und dann habe ich dann angefangen, äh, Videos zu drehen. Das ist die ganze wahre Geschichte. So, das ist auch nicht schön. Wenn man nicht weiter weiß, einfach mal losbuddeln. Ne, einfach mal loslegen hier. Machen wir hier mal eine gleichmäßige Höhe hin. Ja, das ist gut mit den Ziegeln hier. Das ist auch eine schöne Ecke. Klar, hier sollte es noch ein bisschen weiter gehen. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Ist gerade wieder dunkel, ne. Hier müsste ich eigentlich auch mal ein Bett haben. Okay. Wo geht's dann weiter? Hier. Also es passt da irgendwie. Hier ist vier breit, das ist korrekt. Und dann geht's hier runter. Mal gucken, wo geht's denn hier so hin? Ach, hier sind auch noch so coole Räume, wo man auch noch irgendwie ein Tor hinbauen könnte. Irre, ne? Vor allem auch hier runter zu kommen, das ist... Das wird noch eine Aufgabe, das auszubauen. Wenigstens sind keine Monster da. Oh, oh. Noch ein dunkler Bereich. Gut, da kommt noch sehr viel Aufklop-Arbeit auf mich zu. Aber auf jeden Fall, ne? Aber das wird sich... schon runter. Wo muss ich denn hin? Hallo? Links? Darunter muss ich. Schwupp. Wow. Da geht's auch noch mal. Ja, weiß ich noch. Ja, ja, ja. Vor allem dann hier unten auch noch Gras hinbekommen. Da hab ich mir was vorgenommen. So, und da geht's dann diesen Bereich. Oh, das ist aber schon cool, wenn hier noch so Häuser drin sind und so. Ich seh das jetzt schon irgendwie. Das ist echt viel Kabamba. Oh, hier kann man auch sehr schön runter. Genau. Oh, hier seh ich schon Fenster so vor meinem geistigen Auge. Oh, es knurrt was. Oh, ja. Und da geht es dann wirklich richtig runter. dann seht ihr auch schon eine Mine. Das ist ja noch der Gag. Das geht hier richtig runter und da haben wir noch eine Mine und zig Spawner. Auch Spinnenspawner werden ja jetzt auch wieder relativ attraktiv mit 1,3 demnächst oder jetzt oder wann auch immer. Weil man dann ja diese genialen Stolperdrähte legen kann. Da brauche ich bestimmt viele Fäden. Das kann ich mir schon vorstellen. So, jetzt muss ich nur wieder zurück. Ach, hier bin ich. Interessant. Wie bin ich jetzt hier hingekommen? Darüber. Ah, guck mal, was wir da dann den schönen so einen Rundweg legen können. Was ist los? Ziemlich cool. Vor allem muss ich dann aber auch von hier aus nochmal, hier kommt eine Kammer hier unten hin. Ja, hier bauen wir eine Kammer hin. Ein bisschen aufhauen alles. Oder nochmal mit einer Leiter nach oben in diesen Bahnhof rein. Oder da ist doch nach hinten heraus. Ist das noch hier hinten müsste eigentlich auch ein... Unglaublich. Ja, das muss ich noch alles in Ruhe mal richtig schön ausmessen. Ah! Du, alter Schweinhund! Hast du mich verfolgt, ne? Boah, die sind so raffiniert durch. Hab gedacht, der, äh, ne, der ist wieder da oben auf dem Vorsprung, aber irgendwie muss der, wie ist der hier nur hingelangt? Boah. Jedenfalls hab ich mich hier völlig erschreckt. Oh, da unten geht's richtig zur Sache. Herrlich. Kleiner Schreckmoment. Also, an der Sicherheit müssen wir auch noch ein bisschen was tun. So, weiter hier nochmal ein bisschen aufhauen. Ach, doch nicht damit mit der Schaufel. genau. Ach, da ist unser hab ich jetzt den Redstone abgerissen. Kann das sein? Nee, gerade gut gegangen. Es nähert sich schon wieder irgendwas. Ich hör sich schon wieder kommen. mal kreieren. aus Stufen und Halbhölzern irgendwie sowas zu mir vorstellen. Das ist so ein bisschen komisch. Sollen wir das jetzt einfach mal zumachen? Wie weit geht das hier noch? Moment. So, einfach mal gucken. Pass auf, was machen wir jetzt hier einfach zu? Ja. So. Hätte da jetzt auch einfach mal Holz nehmen können. Wasch. Da kommen auch noch welche rund. Oh, das passt nicht. Wie? Das muss doch gehen. Ach so, das ist ein anderes Material. Ach, das finde ich auch immer schade noch. Ja, gut. hab ich natürlich nicht gedacht. Mich stört dann dieser Licht Effekt da wieder, der keiner ist, der nur ein Bug ist. Oh. Ah, ne, ist ja richtig. Da gehört eine so eine hin. Das ist Fummelig, aber ich kriege das Sinn von hier aus. Guck mal, das geht. So, und so, dann muss ich nur oben wieder weghauen. Vielleicht kann ich jetzt hier noch einfach, ne, das geht ja nicht mit dem. Keine Schönstein-Halbsteine dabei, deswegen muss ich jetzt erstmal gucken. Ja, eine Lampe mal ran. so, schon gleich viel besser, ne. Ja, man kann die da weg. Erstmal so, dass da was war. Hier kommt man jetzt wohin? Aua. Sackgasse und und Ausgang. Hier kommt man an. Och, cool. Ach, und hier sind wir dann. Oh ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier kommt man nämlich, es ist relativ weiträumig, da kommt man dann oben wieder. Ah, ja, das ist doch cool. Das ist doch schon mal wirklich nicht verkehrt. Bitte? Macht euch nicht unbeliebt, ihr Monster. Dreierweg ist das jetzt hier. Wie schlängelt er sich denn jetzt hier durch? So. Gras, Wachs mal. Was ist denn da los? Ach, es kommt. Es kommt. Super. Super, super. Ja. 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 da muss das weg. So. Weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter. Komm. Keine Müdigkeit vortäuschen. Ne? Einfach weiterhauen. So. Ah, guck mal hier. Ein kostbares Silber. was jetzt aussieht wie Eisen. Dong, dong. Das ist wahrscheinlich sogar richtig. Ja, den mache ich auch so. Alles, was jetzt hier so breit ist noch, mache ich nämlich jetzt auch aus Koppelstein. So. Da diesen Bereich auch. Je nachdem, was da so kommt, so hinkommt noch. Also hier den Rand auf jeden Fall. So, und dann müssen wir wahrscheinlich auch mal wieder hoch ins Baumhaus und da so ein bisschen machen. Habe ich im Moment nur keine Lust drauf, ist das Problem. Ja, Baumhaus können wir hier immer haben. Ist auch direkt um die Ecke. Soll ja auch alles verbunden werden, dass man von hier unten auch praktisch wieder hoch auf irgendwie so einen Baum kommt. Da ist ja auch noch mein Bett und so, aber ich komme ja nicht zum Schlafen. Das ist ein große Drama hier. Na. Plupp. Gut, das Aufschlagen und Erde rein. Das wird total cool aussehen hinterher. Das sehe ich jetzt schon. Also von meinem geistigen Auge sehe ich das alles schon. Aber leider kann man das ja noch nicht Daten übertragen. Das dauert bestimmt auch nicht mehr lange. Man arbeitet ja daran, so neurologische Wellen dann zu interpretieren. Keine Ahnung. Weiß auch nicht, ob es sein muss. Braucht ihr das, dass jemand in euren Kopf reinguckt und eure Gedanken liest? Ich glaube, das brauchen wir dann doch nicht. Oh ja, das ist ziemlich cool. Hier sollte ich von mehreren Ecken nochmal, ist es auch hell genug, es muss auch hell genug sein für das Gras. Erstmal so hinhängen, ganz viel. So. Komm Gras. Och Mensch, halt doch nicht so lange mit der Vorrede auf hier. Ich bleibe jetzt dabei stehen und überall noch Licht dran machen. Ja, das Licht, genau. Diese Dinger hier oben, die könnte man doch super auch als Licht benutzen, ne? Ich weiß gar nicht, wie lange diese Folge ist. Ich müsste, glaube ich, mal wieder, vor allem müsste ich mal meine Kehle wieder ölen. Weiß auch nicht, was heute los ist. Es kratzt und funkt in meinem Hals. Komm, hier bauen wir jetzt einfach mal solche lustigen Gesellen rein. Was ist denn hier los? Komm, geh doch mal näher ran, da. Oha. Ach, das geht nicht. Ach, da ist ja schon Raum. Da ist schon Raum. Ja gut, dann lassen wir das halt. Mir doch egal. Machen wir das eben woanders. so. Könnte man ganz billig machen, ne? So, und da mir das ja nie gefällt, wenn das Fackelfeuer direkt unter so einer Decke oder direkt so in den Stein rein leuchtet, mach ich das immer so. Ja, ich meine, das kann man ja gelten lassen als so eine Leuchtung, ne? Das muss jetzt ja nicht super indirekt sein. Das reicht, ist auch so ganz cool. Abwechslung halt, ne? Haben wir denn hier oben noch Gras in der Nähe? Nee, ne? Achso, das ist sogar mein Grasbuck. Den habe ich gemacht, damit das hier so ein bisschen verdeckt ist. Da geht es hier wieder in den, in den Bahnhof rein. 13 habe ich jetzt hier noch. Wie zu lang da? Okay. Fackeln. müsste eigentlich hell genug sein für den Effekt, für den Raseneffekt, aber... Oh, ich habe ja Hunger. Das kann ja nicht angehen. Erde brauche ich noch mal hier oben. Also fahre ich mal wieder zurück. Ey, was ist das denn? Ja, was man alles so denken muss, ne? Schwupp. So, und ich sage dann auch schon mal Tschüss. Nächste Folge ist die Folge 100. Was ich dann mache, weiß ich nicht. Weiß ich immer noch nicht. Wollen wir mal sehen. Auf jeden Fall geht es hier schön weiter. Vielen Dank fürs Zusehen und man sieht sich dann beim nächsten Mal. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. So,